Wenn diese mysteriösen Dinge nicht auf Film festgehalten worden wären, würdest du sie nicht glauben. Von Geistern, Objekten, die sich von selbst bewegen, bis hin zu besessenen Menschen. Sieh dir diese 13 mysteriösen Dinge an, die du niemals glauben würdest, wenn sie nicht von Sicherheitskameras aufgezeichnet worden wären. Los geht's! Nummer 13. Geist In diesem Video wirst du eine Menge Geister sehen. Was gibt es schließlich Mysteriöseres und Gruseligeres als die Sichtung von Geistern? Aber dieser hier ist vielleicht der gruseligste Anblick von allen. Wie könnte man dich also besser auf das vorbereiten, was auf dich zukommt, als mit diesen gespenstischen Aufnahmen? Es handelt sich natürlich um Aufnahme in einer Sicherheitskamera und auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob nichts passiert. Aber sieh dir mal die linke untere Ecke an. Es ist ganz sicher ein Geist und hat ein Gesicht, ein furchterregendes Gesicht, das dich in deinen Träumen verfolgen könnte. Nummer 12. Dämonische Besessenheit Von einem Geist mit einem furchterregenden Gesicht bis hin zu dämonischer Besessenheit. Das wird immer besser oder schlechter, je nachdem, wie du es betrachtest. Aber hey, wenn du Angst haben willst, ist das hier so gut oder schlecht, wie es nur geht. Jedenfalls beginnt das Video ganz harmlos mit ein paar Leuten beim Einkaufen. Was könnte da schon schief gehen? Nun, offensichtlich eine ganze Menge. Zum Beispiel könnte jemand so tun, als wäre er besessen, wie diese Frau hier. Die Leute um sie herum waren zu Tode erschrocken, aber einige von ihnen versuchten trotzdem ihr zu helfen. Das sind schon ein paar mutige Leute. Wer hätte gedacht, dass man so etwas Gruseliges ausgerechnet in Supermärkten sehen würde? Nummer 11. Ops Viele Leute trainieren in diesem Fitnessstudio und alles ist normal, aber manchmal fangen die Sicherheitskameras nachts etwas Unheimliches ein. Tanzende Kugeln. Der Anblick ist unheimlich, aber nach Meinung einiger Experten könnten es freundliche Geister sein. Jeden Tag spricht der Besitzer des Fitnessstudios ein kleines Dankesgebet und nach Ansicht einiger Experten könnten die Kugeln eine Antwort darauf sein. Wir werden es wohl nie mit Sicherheit wissen, aber ich kann dir sagen, dass das keine Staubpartikel sind, sondern etwas anderes. Nicht von dieser Welt. Nummer 10. Laufender Geist Eine Familie Hernández entspannte sich gerade in ihrem Haus in Clovis, als der Ehemann etwas Unheimliches auf der Überwachungskamera entdeckte, das die Familie bis heute verfolgt. Die Aufnahmen sind ziemlich erschreckend und zeigen ein seltsames Licht in Form einer Person, die gerade vor ihrem Haus läuft. Das Paar konnte nicht glauben, was sie sahen. Es gibt definitiv etwas da draußen und dieses Video ist der Beweis dafür. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich flippe gerade aus, aber warte, du hast noch nichts gesehen. Das Beste kommt erst noch. Nummer 9. Geist im Polizeirevier Weiter geht es mit gruseligen Geistersichtungen, wie dieser hier, der von einer Überwachungskamera von einer Polizeistation aufgezeichnet wurde. Die seltsame Gestalt bewegte sich in einem geschlossenen Raum und die Polizisten glauben, dass es sich um einen Geist handelt. Nachdem du diese gruseligen Aufnahmen der Sicherheitskamera gesehen hast, kannst du dieser Einschätzung nicht widersprechen. Es sieht wirklich wie ein Geist aus. Es ist vielleicht nicht so deutlich wie unser vorheriger Beitrag, aber es ist auf jeden Fall erschreckend. Das ist etwas, das du nicht glauben würdest, wenn es nicht von einer Kamera aufgezeichnet worden wäre. Nummer 8. Geist im Pub Diese Überwachungskamera im White Lion Pub in Yate, Lehnhamshire hat etwas Schreckliches in den Hallen eingefangen. Genau dort auf der linken Seite des Bildmaterials ist ein seltsames Licht zu sehen, das einem Menschen ähnelt. Und ist das noch ein Geist? Es sieht auf jeden Fall so aus. Um die Sache noch mysteriöser zu machen, sagen die Leute im Pub, dass dieser Geist, von dem sie glauben, dass er zu einer Frau gehört, ziemlich oft auftauche. Sie ist also ein regelmäßiger Gast. Nummer 7. Ein Geist erschreckt eine Katze. Es ist eine Sache, einen Geist zu sehen, der einfach nur in einem Raum herumhängt, aber Tiere zu erschrecken und in diesem Fall eine Katze, das ist einfach nicht cool. Die arme Katze ist zu Tode erschrocken. Und ihrem Verhalten nach zu beurteilen, weiß man, dass in diesem Raum etwas Unheimliches vor sich geht. Auf den ersten Blick kannst du definitiv einige Schatten sehen, bevor eine andere Katze in den Raum kommt. Im nächsten Moment schließt sich die Tür von selbst. Das ist einfach nur unheimlich. Als der Besitzer nach Hause kam, verhielten sich die Katzen seltsam. Sie waren sogar so verängstigt, dass sie sofort aus dem Haus stürmten, sobald der Besitzer die Tür öffnete. Der Besitzer schaute sich die seltsamen Aufnahmen der Überwachungskamera an und beschloss, die Helligkeit zu erhöhen und ein wenig heranzuzoomen. Und schon wurden die Aufnahmen noch unheimlicher. Ja, es war definitiv ein Geist zu sehen und die Katzen hatten aus gutem Grund Angst. Nummer 6. Geisterangriff Dieser Fall wird dich in Angst und Schrecken versetzen. Eine Frau chillte im Speisesaal des Hotels und spielte mit dem Handy. Sie sah aus, als wäre sie völlig unbekümmert, aber das änderte sich schnell. Zuerst sah sie einen Stuhl, der sich von selbst bewegte. Die Frau war so erschrocken, dass sie jemanden anrief. Und wer kann ihr das verdenken? Aber dann begann der wahre Horror. Ein paar Stühle und sogar Tische begannen sich von selbst zu bewegen. Die Frau hatte keine andere Wahl, als sich hinzulegen und sich totzustellen. In der Hoffnung, dass das, was diese Gegenstände bewegte, sie verschonen würde. Nummer 5. Herabfallende Stühle In der Bar und dem Restaurant Cronies in Ventura geht etwas Seltsames vor sich. Sieh dir die Aufnahmen der Sicherheitskamera an. Du kannst sehen, wie ein Barhocker scheinbar aus dem Nichts herunterfällt. Und dann, als ob das nicht schon unheimlich genug wäre, beginnt sich der Stuhl von selbst zu bewegen. Sowohl der Restaurantbesitzer als auch seine Gäste nehmen das Ganze erstaunlich gelassen und schieben es auf die gute Laune. Der Besitzer hat ein Bild von zwei Gästen gezeigt, die 25 Jahre vor diesem Vorfall gestorben sind. Und er sagt, dass sie jedes Mal, wenn etwas Seltsames passiert ist, einfach auf sie schieben und darüber lachen. Ich wünschte, ich könnte ihren Optimismus teilen. Nummer 4. Bewegte Puppe Wenn uns Horrorfilme etwas gelehrt haben, dann, dass Puppen verdammt gruselig sein können. Dieses Video ist kein Film, sondern das wahre Leben, aber es ist der Beweis dafür. Ein kleines Mädchen spielte in ihrem Zimmer und plötzlich begann eine Puppe, ihren Kopf zu bewegen. Das ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Im zweiten Clip fängt eine Überwachungskamera das gleiche Mädchen beim Malen in einem anderen Zimmer ein, als die Papiere nach links und rechts zu fliegen beginnen. Das ist die Definition von gruselig. Nummer 3. Gespenstische Schule Eine Überwachungskamera in einer Schule hat etwas wirklich Unheimliches aufgenommen. Es fing ganz harmlos an. Am Anfang war gar nichts los, aber es dauerte nicht lange, bis einige seltsame, möglicherweise paranormale Dinge passierten. Zuerst fiel ein Rucksack vom Spind. Dann begann eine Plakatwand zu fliegen. Aber als ob das nicht schon seltsam genug wäre, wie würdest du einen Stuhl erklären, der von alleine auf dem Boden rollt? Wenn jemand eine Erklärung dafür hat, lasst es uns bitte in den Kommentaren unten wissen. Nummer 2. Frau in Weiß Als Robin Searcy aus Travis County in Texas eines Tages aufwachte, überprüfte er seine Sicherheitskameras, wie es immer tut. Doch dieses Mal sah er etwas, das ihn zutiefst erschütterte. Direkt auf seinem Grundstück stand ein junges Mädchen in einem weißen Nachthemd. Sie lief einige Zeit auf seinem Grundstück umher, bevor sie verschwand. Er hielt sie für einen Geist und das zu Recht. Denn, seien wir mal ehrlich, eine Frau in einem weißen Kleid wandert um 2 Uhr morgens über sein Grundstück. Was sollte das denn sonst sein? Nummer 1. Besitz Unser Vorschaubild ist so mysteriös, wie es nur geht. Es zeigt 5 Personen, die mitten in der Nacht in 2 Betten schlafen, wobei das Mädchen in der Mitte ziemlich verstört aussieht. Im Video siehst du, wie das Mädchen auf ungewöhnliche Weise aufwacht, als hätte sie einen Albtraum oder sowas. Dann benahm sie sich, als wäre sie besessen. Sie kuschelte sich an einen Mann, der, als er merkte, dass etwas nicht stimmte, ganz auf die andere Seite des Bettes ging. Nach einer Weile siehst du, wie das Mädchen wieder aufwacht und den Kopf schüttelt. Es war eine gruselige Sache nach der anderen. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Was denkst du? Was war für dich der gruseligste Moment im heutigen Video? Lass es uns in den Kommentaren wissen und abonniere unseren Kanal.